Der nächste Moment ist im Brawl Ball durchaus willkommen. Nämlich, wenn die Gegner einfach gar keinen Bock haben zu spielen. Wie sieht denn das aus? Da stehen die drei, machen einfach gar nichts. Mortis läuft da vorbei, die machen einfach nichts. Die lassen sich killen, da warten sie noch. Jetzt hat Frank sich erstmal bewegt. Schiessen sie das Tor nicht, stehen da vor dem Tor. Und dann natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Das erste Tor. Tor, Runde 2, bewegen sich jetzt. Ja, jetzt sind sie aufgewacht, aber nicht so richtig. Noch so ein bisschen im Halbschlaf. Und wieder können sie durchdringen. Jetzt weiss sie da gar nicht, ob sie das Tor machen will oder nicht. Die Bibi wartet erstmal, ja, und dann ist das Tor halt doch gefallen. Da sind wir nicht traurig, wenn die Gegner so spielen.